Heute hab ich gute Laune, Laune, heute ist ein schöner Tag. Heute Morgen bin ich richtig, richtig, bin ich richtig gut in Fahrt. Denn du hast mich gestern Abend, Abend mit deinem Auto besucht. Ja, wir fuhren spazieren und haben uns geküsst und anschließend haben wir uns Pommes gekauft. Ich hab heute gut geschlafen, schlafen und jetzt esse ich ein Ei.